so und damit herzlich willkommen zu einer neuen kritik auf meinem kanal und heute befassen wir uns mit der neuen king kong verfilmung nämlich kong skull island trailer wo ich den ersten trailer gesehen habe dachte ich mir so naja gut ist ein neuer king kong film macht einiges her sieht jetzt wirklich nicht so schlecht aus dann kam dieser zweite beziehungsweise dritte trailer dann schlussendlich raus und habe ich gedacht oh fuck der film wird genauso wie king kong 2005 von peter jackson das war so ein bisschen das was ich gedacht habe wo ich gesagt habe oh scheiße das könnte genau dasselbe werden weil zum beispiel hatte man ja auch diesen kurzen clip in der kong dann gegen diesen schädelkriecher kämpft und da habe ich so gedacht oh nein bitte nicht lasst es nicht so wie bei king kong 2005 sein wo halt king kong dann gegen die dinosaurier kämpft und das sah im clip schon genauso aus vorab jetzt schon mal der film ist nicht genauso wie king kong von 2005 und damit möchte ich noch eine sache sagen bevor ich jetzt die komplette kritik beginne in dieser kritik wird es definitiv spoiler geben und wer den film noch nicht gesehen hat der sollte dann jetzt vielleicht abschalten oder vielleicht nur zum ende hin sehen was ich für eine punktzeile gegeben habe aber sonst es werden hier definitiv spoiler folgen und deshalb möchte ich damit nur kurz nicht dass es heißt nachher ich habe gespoilert kong skull island worum geht es eigentlich im endeffekt im jahre 1972 bekommt eine gruppe aus verschiedensten leuten die möglichkeit eine noch unerforschte insel zu besichtigen beziehungsweise zu erforschen dies ganze wird angeführt also von tom hiddleston captain james conrad der sozusagen so ein bisschen fährten leser ist oder experte für das überleben im dschungel in unerforschten gebieten dann haben wir noch john goodman der bill rendon spielt sozusagen den ich sag mal ceo von monarch einer einer organisation oder einer marketing unternehmen dass sich damit beschäftigt mysteriöse kreaturen zu untersuchen aufzudecken dann haben wir noch samuel jackson unter anderem mit dabei der lieutenant colonel packard spielt der ist der anführer der helikopter staffel in diesem film die wir auch schon öfters gesehen haben und dann haben wir noch mason river die gespielt wird von brie larson eine junge fotografin welche bereits schon im vietnamkrieg für zahlreiche fotos verantwortlich gewesen ist die dann auch halt eben an die öffentlichkeit gingen und dann haben wir noch john c raley der spielt hank marlowe einen im zweiten weltkrieg abgestürzt piloten der sich auf skull island schon also mehr als 30 jahre der sich schon mehr als 30 jahre dort aufhält und kong skull island hat also wie man das schon mal jetzt so ein bisschen feststellen kann einen relativ großen cast auf jeden fall mit wie gesagt guten namen samuel jackson der mittlerweile glaube ich fast jeden film oder fast in jedem film mitmacht tom hiddleston der mich im film vor allem sehr überzeugt hat er hat eine super performance abgeliefert hat sehr sehr viel spaß gemacht den im film anzusehen john goodman ja alles klar war ganz okay aber es war relativ wenig was man gesehen hat dazu komme ich aber gleich noch mal wie lassen auch einwandfrei die performance war super und dann haben wir john c raley dessen performance ich aber auch sehr mochte der das auch wirklich gut gemacht hat und da sind wir schon mal gleich bei dem thema an sich hat jeder im film wenig 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 text sag ich jetzt mal es war sehr sehr wenig also nicht nicht sehr sehr wenig aber doch relativ wenig es geht halt doch mehr so darum um halt um kong man geht halt doch mehr auf kong ein oder die ganzen einzelnen szenen aber so an sich hat jetzt jeder nicht wirklich viel sätze texte zu sagen screen time an sich war das aber fand ich jetzt auch man kann natürlich sagen klar tom hiddleston brie larsen das waren so die hauptrollen aber an sich hatte jeder so eine gute durchschnittliche screen time das heißt also es waren eigentlich alle hauptdarsteller beziehungsweise schlussendlich dann alles nebendarsteller weil wir haben halt nicht den großen einen hauptdarsteller muss ich sagen und da war das so um um das überraschende der tod von john goodman der dann auf einmal wirklich da war wo halt diese szene die wir auch schon im trailer gesehen haben wo wir in dieser in dieser bucht von den schädelkriechern sind also in dieser wo alles so gas verströmt ist so gelblich aussieht im trailer einige manche wissen jetzt vielleicht schon was ich meine dort auf einmal der totale plötzliche tod von john goodman dass ich nicht gedacht hätte dass der schon so früh stirbt sondern ich hätte gedacht vielleicht zum ende oder eigentlich überlebt er das ganze ja nein das war auf jeden fall nicht so das war cool das hat mich überrascht damit hätte ich nicht gerechnet da auf jeden fall daumen hoch der tod von samuel jackson unter anderem damit der dann halt schlussendlich von kong getötet wird ja da hätte ich mir halt was anderes gewünscht aber gut okay da kann man da kann man mitgehen das war jetzt zwar nicht das wo ich sage wow krasse sache sondern naja gut alles klar dann muss ich auf jeden fall noch sagen was mich so ein bisschen gestört dort war es so ein bisschen die schnittabfolge wir hatten halt einige schnitt einige stellen zum beispiel wie wir so eine stelle haben samuel jackson die sich dann am ende haben wir dann halt so oder so im mittelteil haben wir dann zwei einzelne gruppen die halt sozusagen durch die insel streifen aber mit samuel jackson und john goodman die halt eine gruppe sozusagen anführen und auf der anderen sind es halt tom hiddleston und brie larson die eine gruppe anführen und da gibt es so eine szene in der samuel jacksons gruppe von einer riesigen ameise angegriffen wird und diese szene endet sozusagen in dem samuel jackson der ameise ins gesicht schießt und sofort in der nächsten szene sind wir dann schon wieder außerhalb dieses waldes wo die ameise halt angegriffen hat und sind ganz kürzlich auf einer ganz anderen stelle und so eine szene hatten wir mehrfach im film und das fand ich echt schade das hat dann so ein bisschen den film kaputt gemacht ja ja klar das war jetzt nicht so das einzige wo ich gesagt habe ja gut kong skull island hatte halt nur eine scheiß schnittfolge nein es war auch so ein bisschen was anderes es war halt nicht das ganze king kong was ich mir vorgestellt habe wenn man mal das ganze so wieder mit dem 2005 war king kong vergleicht dann hatten wir ja im king kong 2005 hatten wir so dass die auf die insel reisen der film geht ja auch glaube ich deutlich länger als der von als der neue ich glaube der von peter jackson geht fast drei stunden oder so und der neue geht nur zwei stunden das heißt wir haben da halt erst die anfahrt dann geht es weiter auf die insel und dort auf der insel ist es dann halt so dass sie versuchen weise für king kong zu finden aber sich dann schlussendlich auch noch entschließen king kong mitzunehmen nach new york und ihn dort zu präsentieren und das ist halt in kong skull island komplett weggefallen das hat man komplett weggelassen fand ich okay ja gut ich habe nur was anderes darunter vorgestellt wo ich dachte na gut okay jetzt werden wir vielleicht noch ein bisschen anders gezeigt bekommen das andere weiter unterschied ist ja dass das zu zeiten des vietnamkrieges spielt das andere spielt um die in den 30ern glaube ich und dann ist es dazu gekommen dass man in kong skull island gesagt hat ja wir lassen kong auf dieser insel definitiv finde ich vollkommen in ordnung und man hat halt noch zusätzlich gesagt wir lassen das ende so ein bisschen offen weil es ist halt auch so dass das ende dann ein bisschen abrupt zu ende geht das fand ich ein bisschen schade auf jeden fall aber was ich auch noch in kong skull island noch ein bisschen loben kann auf jeden fall das sind die kampfszenen die man hat mit den schädelkriechern von kong die waren echt einwandfrei also da muss ich wirklich sagen die haben mich überzeugt die haben mir spaß gemacht die sahen wirklich richtig gut aus und es war an sich halt auch vom budget her merkt man dann halt doch wo es rein geflossen ist es hat glaube ich einen ein budget von 185 millionen oder so gehabt also man sieht halt schon doch wo es rein geflossen ist und es hat mir halt wirklich spaß gemacht und ich muss denke ich mal so schlussendlich sagen zu kong skull island den film kann man entweder mögen ja oder man kann sagen es ist der größte bullshit den man jemals gesehen hat glaube ich gerade bei rmdb hat der film derzeit noch eine durchschnittsbewertung von 7,3 ist jetzt auch nicht so das wahre sage ich jetzt mal und da muss man halt wirklich für sich selber wissen mag man den film oder mag man ihn nicht und damit ist meine kritik schon fast am ende ich habe nur noch eine sache für die leute die jetzt vielleicht im film früher gegangen sind bevor der abspann zu ende war es gab nämlich noch eine post and credit scene und zwar zum neuen godzilla film diese ganze reihe ist ja sozusagen eine etwas größere reihe die sozusagen aufgebaut wird jetzt vielleicht nicht so groß wie das marvel cinematic universe sondern eher mehr so eine kurze ich glaube es werden vier filme wenn ich mich nicht täusche die dazugehören die ganze reihe begann halt mit godzilla dann kam jetzt kong skull island dann wird kommen godzilla 2 und dann wird noch kommen king kong gegen godzilla das sind die vier filme die uns noch erwarten und für godzilla 2 wurde halt jetzt eine post and credit scene sozusagen gezeigt und in der sieht man dann halt noch mal tom hiddleston und brie larson die in so einer art verhörraum sitzen und dann kommen halt noch mal zwei der charaktere die auch im film zu sehen waren in diesen raum rein und erklären dass kong nicht der einzige könig ist auf dieser welt und dass die erde eigentlich den fast vergessenen spezies gehört also dieser monster sozusagen und dann werden halt eine kurze bild abfolge von godzilla gezeigt einige funde von godzilla und man sieht godzilla leider nicht am ende das hätte ich mir auch noch gewünscht aber es ist nicht so schlimm und damit bin ich durch mit meiner kritik zu kong skull island und am ende gibt es für den film immer noch sehr starke sieben von zehn möglichen punkten ist auf jeden fall kino besuch wert vor allem in 3d 3d sieht wirklich richtig gut aus und das ist mal wieder so ein film wenn du keinen bock hast irgendwas nachzudenken oder so dann gehst du in den film und lässt sich da einfach mal so ein bisschen berieseln ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß wünsche euch noch ein schönes wochenende bis dann und ciao